Herzlich Willkommen zurück zu Sunset Overdrive. Wir haben die erste Mission erfolgreich erledigt. Wir haben sogar einen beschützt. Wir haben Kohle gekriegt ohne Ende. Leider können wir uns immer noch keine Waffen leisten. Aber dafür haben wir ja Floyd. Der gibt uns Aufgaben und Waffen. Ich habe ein paar Dinge namens Amps gearbeitet. Ich habe ein paar, die fast fertig sind. Ich brauche nur noch ein paar Dinge, um sie fertigzustellen. Und wer ist da wohl der Richtige dafür? Ich habe ein paar Fiesel-Badons in der Basis sein. Schnapp sie dir und bring sie her. Was für Zeug? Schädliche Ausweichrolle? Elektroschocker? Okay, nimm ich. Ähm. Was soll ich da jetzt machen? Also einfach nur einsammeln. Alles klar. Hallo. Das war der letzte. Nimm die Balance zur Amp-Kammer, um die Amps fertigzustellen. Äh. Ich würde gerne da hochhüpfen können. Okay. Dann stellen wir doch mal die Amps fertig. Erfolg. Erfolg. Hör. Jetzt musst du diese Amps ausrüsten. Wie? Ich meine, wenn das ein Videospiel wäre, könnte ich einfach ein Menü öffnen oder so. Hör mir zu, Spieler. Äh. Wieso höre ich körperlose Stimmen? Weil du noch einiges zu lernen hast und Studien zeigen, dass das der beste Weg ist. Du rüstest Amps im Charaktermenü aus. Es gibt verschiedene Kategorien von Amps. Wähle den Slot für Helden Amps aus, um deinen neuen Helden Amp auszurüsten. Okay. Rüste deinen Helden Amp aus. Wähle dich. Okay. Und jetzt bist du mit Amps am Start. Bam. Lass uns jetzt deine Waffe amp machen. Wähle die Waffe, die du erweitern willst. Ähm. Hm. Welche will ich denn erweitern? Das ist eine sehr gute im Bericht. Die Frage von vor allem, was ist denn das hier? Ach, das ist die Wirksamkeit. Ach, guck mal da an. Waffen Amps können nur für Level 2 Waffen verwendet werden. Aha. Warte mal. Ich will hier... Ja, ja. Ich würde aber gern die. Geht das nicht? Was ist das für eine Level Waffe? Ich kann nur die auswählen, oder was? Äh. Amp ausrüsten. Wähle einen Waffen Amp, um deine Waffe damit auszustatten. Da will ich aber nicht. Ich will die nicht. Moment mal. Zurück. Zurück. Lässt er mich nicht, ne? Das ist ein Sack. Und jetzt tritt ihnen ordentlich in den Arsch. Ich fühle mich überhaupt nicht anders. Ach ja. Amps werden nur aktiviert, wenn du mit Style kämpfst. Das ist die Style-Anzeige. Deine neue beste Freundin. Verwende Überquerungskombinationen, um deine Style-Anzeige aufzufüllen. Bounce, Grinder und Schwinge. Bleib in Bewegung. Das Töten von Feinden beim Grinden, Bouncen und anderen Akrobatikübungen trägt auch zum Style-Wahl. Du musst üben. Geh zum Parkplatz und aktiviere deinen ersten M. Bounce auf Autos und Grinder auf Kabel, bis du Style-Level 1 erreicht hast. Wähle die High-Fidelity aus. Wähle die was aus? Lass mich hier erst mal generell mal was gucken. Warte mal kurz. Wo bin ich denn da ins Menü gekommen? Hier? Ja, oder? Okay, ich kann die wieder entfernen. Das ist doch schon mal was. Weil dann würde ich die nämlich jetzt gerne hier entfernen. Äh. Oder auch nicht. Irgendwas ist die Waffe stark? Ach, die ging alles. Naja, halbwegs. Jo, okay. Aber ich hätte... Ich... Äh, also... Äh, ja, ähm... Nun gut. Dann machen wir da eben das, was er sagt. Ne? Und wählen die Waffe dafür aus. Und aktivieren dann diese komischen M's. Abmarsch. Jo, da sind wir ja schon am Parkplatz. Oh, Hallöchen. Alles klar. Kriegen wir hin. Du musst es abwälzelt machen. Rein, dann bouncen, dann rein. Warte mal. Jetzt testen wir die Sachen. Verwenden wir die High-Fidelity-Waffe. Aha. Äh, geht mir da nix. Ach, jetzt hier. Aber ich finde die Waffe scheiße. Ich kann ja nicht mehr damit... Äh, gerade mal. Ja, da fliegen wir hier halt einfach so lang. Oh. Okay. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Noch vier Stück. Also die Waffe und ich... Wir werden da keine Freunde, glaube ich. Na dann. Äh, hallo, wieso hüpf' ich denn jetzt runter? Bleib doch mal da. Oh, oh. Was ist das? Explosiv-Fass? Okay. So. Schön, dass ich nichts treffe. So, die ist so viel besser. Die ist so viel besser. Die macht doch viel besser, Wumms. Ich brauche mehr Munition. Scheiße, glaubst du. Guck mal gleich. Hammer's? Jeder weg? Nee, ich höre noch was kreuchten und fleuchten. Ach, da guck mal. Und dann kommt's. Unterschiedliche Style Level aktivieren unterschiedliche Amps. Elfen Amps werden bei Style Level 1 aktiviert. Wappel und Wackamp Amps werden bei Style Level 2 aktiviert. Epische Amps werden bei Style Level 3 aktiviert. Bei maximalen Style rasten alle Amps teuflisch aus. Wenn du bloß da stehst und nichts tust, sink deine Style Anzeige. Also bleib in Bewegung und töte! Nicht träumen, es ist fast vorbei. Das ist der Kombozähler. Ach, du Heilige. Mit Boni für mehrfache Kills und Überquerungskombos. Je höher dein Kombozähler ist, desto schneller wächst dein Style. Tritt ihnen in den Arsch. Du bist jetzt auf dich gestellt. Versau es nicht. Ja, oh scheiße. Das werden die Kämpfen mit Stil. Komm zurück, ich habe gute Nachrichten für dich. Das hoffe ich doch. Warte mal, ich möchte wieder zurück. Nein. So, da lang. Was ist das? Uiuiuiuiui. Aber mit dieser komischen Schallplattenwaffe werde ich nicht warm. Das ist nicht mein Ding. So. Hallo, der Herr. Was sagst du denn für uns, Floyd? Okay. Floyd? Jetzt. Hallo, das wird lustig. Wenn das Zeug fertig gekocht ist, habe ich einen Amp für dich. Wir kochen diesen ganzen Mist, um neue Amps zu machen. Vertrau mir. Du willst Amps. Und denk dran, sobald diese Scheiße hier zu kochen anfängt, werden uns die Odds die Bude einrennen. Und das Wichtigste. Halte diese Wichser von den Fässern fern. Wenn du versagst, kein Problem. Das ist die verfickte Apokalypse. Mach's einfach nochmal. Ich hab ein paar Barrikaden und Fallen rund um die Basis aufgestellt, aber sie werden nicht lange halten. Geh da raus und halte die Odds davon ab, in die Basis zu gelangen. Moment, hab ich jetzt hier auch noch einen Tower-Defense? In Ordnung, als letztes noch das Ventil drehen und dann kann das Kochen losgehen. Ähm. Okay. Haben wir noch... Der hat ja dicht... Der hat ja alles schottendicht gemacht. Na dann, ich bin gespannt. Und die Hölle bricht über uns. Was passiert denn jetzt? Wo kommt ihr denn rausgekrochen? What? Macht, dass ihr zurückkommt. Abmarsch. Oh, ich will hier keiner. Ach, du heilige Scheiße. Wollt ihr mich verarschen? Spring ihnen in den Weg, bevor sie es überhaupt in die Basis schaffen. Ja, 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 ich arbeite dran. Hey, Alter, sie sind schon wieder mit der Apokalypse. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grinde und bauze, Baby. Ja, ja, ich arbeite dran. Lass sie nicht über die Bauten kommen. Oh, wieso komme ich denn da nicht hoch? Du hast jetzt ein paar unterschiedliche Waffen. Verwende sie. Nein, ich will da lang. Wir dürfen sie nicht zu den Füßen kommen lassen. Ja, entschuldig. Oh, fuck. Was für ein Kondensator? Ja, ja, ich bin hier gerade mal überfordert, Mann. Mann, macht mal langsam. Ja, ja, krinde und bauze. Ich habe nicht mehr viel Muni. Machen wir es mal so. Locken wir doch mal das... Nein, keine Muni mehr. Was? Hören sie mal auf hier. Also, ich komme da nicht auf diese blöden Dinger da drauf. Mann, ist das eine schwierige Wurten manchmal. Ach, fuck off. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch hier kommen? Du bist überhaupt nicht eingeladen? Ja, natürlich. Jetzt sitze ich. Ich bin froh, dass ich mich drauf fülle. Oh, 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 oh. Moment, moment, moment. Du bleibst jetzt schön da. Ich möchte da hoch. Nein, ich war doch gerade auf. Ich bin mehr damit beschäftigt, da hoch zu kommen. Jetzt bleib doch mal da hoch, bitte. Ach, komm schon, ey. Das macht so recht. Ich bin jetzt mal total tot. Alter, ich sei doch besoffen. Wenn wir mal langsam hier, ich arbeite dran. Was ist denn jetzt? Lieb dich? Der Große liebt ja noch. Oh Mann. Ja, das haben wir versaut. Oh, nö. Okay, ich glaube, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal meine Steuerung ändern. Das gefällt mir einfach nicht. Ich drücke da jedes Mal die falsche Taste. Wir machen das jetzt mal so und dann hoffe ich, dass es besser klappt. Wo war denn das hier? Da grind und rollen. So, dann machen wir nämlich mal die Taste. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht besser geht. So müssen wir das nachts machen. Der stillierte Sobercharge reagiert sehr erkenntlich auf UV-Licht. Ich hatte schon einige Unfälle, als ich das bei Tageslicht versucht habe. Okay, so, jetzt könnte er kommen. Jetzt bin ich bereit. Halte die Füße in der Basis nicht still. Grind und bounce, Baby. Ah, okay. Das ist ja fair. Setz den Schleuderer mit einem Flammenkompensator in Flammen. Dann wechselst du Dirty Harry für das große Finale. Äh, stopp, zurück. Das ist alles so semi-gut, was ich hier gerade wieder mache. Hey. Ja, ja, ich arbeite dran. Das mache ich mal hier langsam. Ja, natürlich, die Stoffe. Also. Ja. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit mit dem Ding. Alles gut. Wenn er das tut, haben wir es geschafft. Nein. Ich arbeite dran. Ich bin nur zu dämlich. Ja, jetzt komm, mach hin. Mach jetzt nicht so eine Show. Ach du Scheiße. Wir sind fast fertig. Das ist die nächste Idee der Fässer. Keine Muni mehr. Wäre schlecht als recht. Ach, herrje, meni. Ich bin mit der Tastenbelegung noch nicht ganz so zufrieden. Ja, ja, gleich. Ja, ja, gleich. Ich komm gleich nochmal. Ich guck's mir nochmal an. Meine Fresse. Was war denn das jetzt? So, wo muss ich denn hin? Da. Erfolg. Okay, was haben wir? Pompf. Bärenstärke. Gefeuert. Mhm. Okay, einige von den Amps kann ich schnell kochen. Du musst mir nur die Zutaten bringen und ich kann dir sofort die Amps geben. Geh einfach zur Ampkammer und liefere die Zutaten ab, um deinen Amp zu bekommen. Du findest überall in der Stadt mehr Zutaten. Hier ist dein Einkaufszettel. Physi-Ballons sind mit Fluorwasserstoff gefüllt. Einer Supersäure, die dabei hilft, die Reagenzien anzuregen. Stinkende Schuhe sind ne prima Quelle für Schwefeldioxid. Kameralinsen können helfen, Extremophile zu isolieren. Aus Leuchtschildern kann ich radikal ionisierte Partikel gewinnen. Gut für die organische Leitfähigkeit. Ein paar Spaßvögel haben die Stadt mit Toilettenpapier zugekleistert. Ziemlich blöd, aber gut für uns. Das Zeug ist das perfekte katalytische Substrat. Wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwas davon zu finden. Two Headjack verkauft Karten mit den Standorten. Einige Amps brauchen ein wenig länger zum Kochen. Du musst die Fässer verteidigen, während wir sie herstellen. Ich rufe dich an und lasse dich wissen, wenn ich deine Hilfe beim Beschützen der Fässer benötige. Stell sicher, dass du diese Amps ausrüstest und lass mich wissen, wie sie dir gefallen. Okay, hey. Ach, ich kann jetzt nichts machen. Ich muss jetzt hier ausrüsten. Okay. Okay. Jede Menge Informationen. Was hat es eigentlich hier mit den Fallen auf sich? Overdrives? Was ist das? Uh. Aha. Alles klar. Das kann wohl noch nichts für mich sein. Wie mache ich denn das jetzt mit der Nahkampfhaffe, mein Freund? Hier? Ah. Hier. Nahkampfhaffe. Was ist das? Wie ist denn? Nahkampfhaffe die ganze Zeit nicht gemacht. Nahkampfhaffe und Griff verschieben. Uh. Nimm wir. Okay. Episch. Oh. Habe ich auch. Wenn du auf Gegenstände aufspringst, erscheinen explosive Brandgeschosse. Ja. Nimm wir mit. Sturzflug. Haben wir nichts. Okay. Zurück. Held 2. Oh. Da haben wir was. Ne. Das ist das, was wir gerade ausgerüstet haben. Okidoki. Nimm eine Mission an. Smartphones. Sammelzeugs. Können wir sonst noch was machen? Neu. Können wir. Okay. M-Platz gesperrt. Waffen wechseln. Kann ich diese M's. M's hier einsetzen. Okay. Ich check noch nicht so ganz. Ah. Ne. Hä? Was? Was? Ach so. Jetzt kann ich das hier. Okay. Aber ich will doch. Camp ausrüsten. Da haben wir doch was. Was kann die jetzt? E-P sammeln. Oh. Das hört sich gut an. Kills mit dieser Waffe führen unter Umständen dazu, dass ich gegen ein TNT Daddy ver... Ach so. Ah. Okay. Ja. Wir machen das aber das hier. Würde ich sagen. So. Und... Statt Schock... Machen wir... Ne. Moment. Äh. Wieso komme ich denn jetzt hier? Also manchmal ist das schon ein bisschen verwirrend. Da machen wir das hier rein. Ja. Und das sollte es erst mal gewesen sein. Gut. Wir gucken jetzt noch mal kurz an den Händler vorbei. Ja. Dachte ich mir nämlich. Oh. Sammelobjekte. Ich warte dort auf dich. Hey Walter. Womit hast du dir deine Brötchen verdient? Du weißt schon. Vorher. Wieso ist das wichtig? Okay. Du bist also professionell fies. Verstanden. Ich war früher Leiter der Fiskosicherheitsabteilung. Ich war früher. Klingt so als hättest du verbrannte Erde hinterlassen. Vor ein paar Jahren haben sie mich und einmal in den Händler ausgeschmissen. Alles automatisiert. Große Fehler. Ein Fehler? Nach dem kolossalen Versagen eines Unternehmens sind wir die einzigen, die die Wahrheit kennen. Und wir sind in einer ummau... Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist das hier? Ach. Okay. Wer soll es Walter? Was ist das hier? Herausforderung. Brauerei-Update. Kann ich markieren? Kann ich markieren? Kann ich nicht markieren? Hm. Okay. Er hat voller Zombies eingesperrt. Ohne Kontakt zur Außenwelt. Ich würde sagen, der Sicherheitsdienst weiß, was er tut. Mutanten. Nicht Zombies. Großer Unterschied. Klar. Wir schaffen es raus. Bald. Und jetzt bewegt deinen Arsch. Okay. Aber bevor wir jetzt zu ihm gehen, zu Walter, gucken wir uns das erst mal an. Okay, weißt du was? Diese Sunnybots verbergen großartiges Putzmittel in ihrem Inneren. Wenn wir sie aufbrechen und uns das Mittel holen, können wir es zur Tiefenreinigung der Fässer verwenden. Das bedeutet bessere Ems für dich und bessere Forschungsdaten für mich. Das hört sich verdammt gut an. Ähm. Ja. Spüren wir jetzt. Hebel das Ding auf und hol dir das Putzmittel. Wie hebel ich denn das Ding auf? Ich verstehe. Okay. Dann holen wir uns die erst mal. Sechs Stück kriegen wir hin. Jetzt fahren wir erst mal hier so ganz gechillt durch die Gegend. Da fliegt die Hubschrauber. Das wollen wir jetzt nicht. Hallo Freunde. Ich habe keine Zeit für euch. Auf Wiedersehen. Ich wollte nicht da hin. Ah, guck mal. Ey. Nochmal zurück hier. Nein. Ach komm. Puh. Ich will doch nur da hin. Oh je. Das wird ja noch heiter. Keiner kann mich aufhalten. Könnt ihr mal weg. Du verdammter. Na also. Das war ein Kinderspiel. Okay. Nehmen wir den nächsten mit. Die bewegen sich in Herden. Machen wir es doch mal so. Wollen wir doch mal Nahkampf mehr nutzen. Okay. 34. Das muss hier irgendwo sein. Wo haben wir es denn versteckt? Im Gebäude? Möchte ich da überhaupt rein? Nö. Ey. Moment mal. Was haben wir hier? Was zum Teufel? Wo kommen denn jetzt die Gegner her? Durch habe ich ja gar nicht gerechnet. Hey. Suchst du immer noch mal Zeug, um die Feste neu zu werden? Kann ich nicht einfach nur das aufschießen? Geht auch auf. Ey. Wo ist meine, meine, meine Bistel? Hier. Wo seid ihr? Und tschüss. Hallo. Finde ich gut. So. Wo ist das nächste? Da ist es. Dann gehen wir. Hm. Okay. Das wird, das wird eine Sucherei. Aber jetzt will ich wenigstens einmal diese Charge. Keine Zeit für euch. Wiedersehen. What? Wo sind wir denn hier gelandet? Aha. Natürlich suche ich nach Aufwertungsteilen. Oh, das brauchen wir doch auch irgendwie. Wie kriegt man das jetzt? Ah, 150? Ja, dann herzlichen Dank. Die Feindbeschuss. Ich will doch gar... Okay, ich mach wohl erst die andere Quest. Du hast jetzt einen Nachkampf und einen epischen M. Dann gib dir noch eine letzte Gratisprobe. Hier sind 60 Sekunden mit irrsinnigem Style. Ähm... Wie bist du denn, Walter? Wie komm ich denn da hoch? Oh, das war doch auch. Walter? Wie komm ich zu dir? Bist du denn, mein Freund? Du bist nicht, Walter. Ihr seid alle nicht, Walter. Wo ist Walter? Und was wollt ihr denn jetzt alle hier? Eieieiei. Ich bin da immer so ein Typ, der will auch immer am Boden schießen. Warum auch immer. Ach, guck mal. Ich bin bei Walter. So geht's doch natürlich auch. Von welcher anderen Rampe? Ach, von der anderen Rampe. Ja, gut, dann bewegen wir uns halt. Nein, jetzt hüpfe ich auch noch runter, Idiot. Das wollte ich doch gar nicht. Ich mach einfach von links nach rechts und rechts und links. Ich mach halt mit der Waffe nix, das ist das doofen. Können wir nicht hier, ähm, die hier machen? Das Problem ist, wenn ich mich so bewege, treffe ich ja auch nix. Das ist ja voll kacke. Freunde, das ist ja total bescheuert. So, haben wir es geschafft? Nope. Also diese blöde Schallblattenscheiße ist nervig. Ja, ja. Äh, hallo? Ich häng irgendwo fest. Ich häng fest. Wieso häng ich den fest? So, weg mit dir. Haben wir noch was? Ach, was schießt du denn noch, Walter? Ach da. Nehmen wir doch den mal mit. Da hinten ist ja noch einer. Meine Güte, hört doch mal auf. Wo ist denn der hin? Gerne. Na, wo wir, wo, 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 Walter? Ja, du, warum rennst du denn jetzt schon wieder weg? Bleib doch mal hier. so tachchen es ist ein gleiter sobald ich über die mauer schaffe werde ich fiskus lügen aufdecken und sie büßen lassen meinst du wirklich das fliegt das wird er sobald ich noch ein paar änderungen am startmechanismus vorgenommen habe schlüssel ja uchef dann gibt es ein schlüssel du musst dir noch ein wenig mehr anheben jetzt halt es nicht loslassen okay wie soll das gehen ich muss vielleicht loslassen noch nicht okay doch oh 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 tschuldigung wir bauen neues versprochen ja eben was hätte ich denn tun sollen natürlich ist das meine schuld danke der nicht mein richtiger dad ist probleme probleme so ich wollte doch eigentlich die anderen blauen dinge einsammeln wo denn jetzt was ist denn das ja ich will noch nicht zur basis zurückkehren ich möchte das hier weitermachen oder warte mal was ist denn das nee warte mal das ist wieder was anderes wo sind denn die blauen dinge jetzt hin schnappsidee nee warte mal wo sind da ist die hauptquest schnellreise brauerei da will ich ja gar nicht hin ich will jetzt diese blauen dinge weiter einsammeln was soll denn der scheiß jetzt was ist das mhm gehen wir mal da hin ich kehre lieber zur basis zurück nee nee genau können wir gleich machen wenn ich bloß schneller hinkommen könnte nee nee wir machen tschuldigung wo sind wir denn hier jetzt gelandet warte mal kurz ja und was ist das hier legende quest nebenmission aber wo sind denn jetzt aber man ich wollte doch die dinger sammeln ach nee warte mal sind das die nee das sind die auch nicht ach gott ach gott ach gott es gibt so viel zum sammeln okay wie habe ich ich bin überfordert wie habe ich denn jetzt markiert rechte maustaste guckt meiner an wo ist so ein schwebedinges muss doch hier irgendwo sein hi was wer schießt denn da jetzt als ob ich hier zeit für dich hätte ich suche hier gerade dieses komische ding was bist du leben geht immer alle weg geht immer alle weg okay 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 ich habe es kapiert hier ja 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 jetzt hat ihr in dem moment andere waffe hier die wollen wollte ich wieder zurück sammelst du das ein danke aber ach da ist das schwebt er da schwebt er da müssen wir hin da müssen wir hin was ist das brauchen wir doch auch oder mal was haben wir mal ein oder sammeln wir das ein sammeln wir das ein ne sammeln wir nicht ein so wie kommen wir jetzt da hoch ne ha 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 einfach da hoch hüpfen oder hallo habe ich dich ich bin auch nur 150 na dann ist ja fast nichts ok moment also schade dass ich die anderen blauen sachen nicht einsammeln kann das ist ja irgendwie doof schnappsidee wollen wir erstmal die nebenquests machen Hilfe, ein Schnapsbrenner zum... Oh, das kriegen wir doch hin. Wegpunkt wählen. Krieg mal hin. Also es könnte... Also die Sachen da einsammeln, das könnte ich dann mal off-topic vielleicht machen, aber jetzt nicht, äh... Da bin ich ja hier Stunden mit Sammeln beschäftigt. Geh mal weg da. Ich hab schon fast keine Muni mehr. Ich brauche mehr Munition. Tatsache. Okay, da komm ich gar nicht hoch. Ja, 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 ist gut, ist gut. Ich muss mal kurz weg. Nein, 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 nein. Bei uns. Ist okay, ist okay. Schrei du ruhig. Oh, was machst du denn da? Mann, hör doch mal auf. Wo ist denn unsere Fahne da? Mach doch mal hier... Ach man. Ne, das... Die Stolmung gefällt mir da in der Beziehung so gar nicht. Und diese Kacke da ist auch nervig. Oh Gott, ist ja gut, ist ja gut. Da ist Heilung. Brauchen wir. Meine Güte, was ist mit euch kaputt? Wo ist denn jetzt unser, unser, unser Punkt? Ist nicht so was von vorbeigesaußt. Aber wir sind hier bei der Knarre. Was ist denn hier? Gibt's ne Waffe? Guck mal, was ist das? Willst du dir mein Arsenal anschauen? Ist ziemlich groß. Ach, du bist ja überall. Ach, guck mal einer an. Ich kann hier Muni kaufen. Alles klar. Was? Neue Waffen? Nein, nichts erschwingliches. Okay. Sammelobjekt. Das ist ja alles richtig teuer, mein Freund. Das ist ja alles richtig teuer. Was auch. Wir machen jetzt hier... Alle auffüllen. Munition ist handgemacht. Verschwende sie nicht. Okay. Gerne. So, jetzt gehen wir nochmal zu unserem, äh, Wegpunkt. Was? Ich spiele schon wieder 40 Minuten. Das ist ja unfassbar. Geht doch mal alle weg. Werden mit euch gesprochen. So, wo ist denn der Düdel? Wow. Au. Sollen wir nicht gewettet? Ist denn der ist ja auf dem Dach? Na, gehen wir mal auf den Dach. Nö, da ist er auch nicht. Auf Wiedersehen. Ach, Freunde. Lasst mich doch mal zufrieden. Oh, Mann. Ja, wo ist denn der? Wo ist denn der? Ja, ist okay. Da muss ja doch irgendwas sein. Aber wo? Da ist er. Ich hab hier ein Problem. Ich muss den Betrieb auf den Bauhof am Ende der Straße verlegen. Aber da sind überall Freaks. Kannst du da vielleicht mal aufräumen? Ja, klar. Äh, jetzt machen wir doch glatt. Okay, was soll ich jetzt? Ach, da hinten soll ich freiräumen. Alles klar. Oh, da ist noch mal Klopapier. Das nehmen wir mit. Nein. So. So, da sind wir doch jetzt hier. Äh, das müssen wir jetzt alles leer räumen. Guten Tag, hier ist der Kammerjäger. Was kann ich für Sie tun? Ich bewege mich jetzt einfach nochmal so. Und hoffe, ich, äh, treffe ein bisschen was. Ich versammle die jetzt alle hier in der Mitte. Und hoffe, dass ich jetzt gut Schaden mache. Gut, ein Treffer. Oh, ich hab fast keine Moldi mehr mit der. Gut, da muss doch Moldi wieder ran. Ja, das ist doch nicht so gut. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu zielführend ist, was ich hier mache. Aber ich muss mir dann für die nächste Aufnahme überlegen, wie ich die Steuerung mache. Das ist, ähm... Das ist sehr kontraproduktiv gerade. Müsst du da nicht mehr so Sprengbären auftauchen? So. Oh, da kommt noch was. Alles klärchen. Haben wir's? Alter Schwede. Das ist reines Ethanol. Gefährlicher Scheiß. Aber ich brauche es für mein Spezialrezept. Alles klar. Was wollen wir machen? Die Skeps haben mich gefunden. Jetzt kommt die Aulo. Du musst mich nicht kriegen. Benutzt deine Waffen und alles. Du kannst doch das Ethanol nehmen. Das ist super explosiv. Nimm eins von den Fässern und knallt sie ihn vor den Latz. Ich versteck mich mal. Der hat die verdammten Skep-Wixer hoch. Nein, ich verstehe. Komm schon raus. Wir wollten die Fehler. Ha, ha. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Oh, den nehmen wir mit. What? Ich treffe die Fässer nicht. Oh Gott. Nein, nein, nein. Mach mich mal nicht alle hier. So, erst mal hier weg. Ja. Okay. Wir müssen hier Stück für Stück aufräumen. Ja, wenigstens sind die dagegen relativ allergisch, was ich hier mache. So, sonst noch was? Wo denn da? Ja, 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 mach mal langsam. Das ist ein Gegner, ja. Haben wir sie jetzt alle? Wir haben dein Rezept. Du musst uns nur zeigen, wie man es anwendet. Fick dein! Oh, wir sind noch nicht fertig. Oh, 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 oh. Da kommt noch was. Seid ihr denn schon wieder alle? wie ich nichts getroffen habe. Unfassbar. So, sind wir durch? Haben wir sie jetzt? hier weg hier wir haben besuch hallo ich drücke die ganze zeit und slide knopf was ist denn da los so wo seid ihr jetzt wieder alle okay andere waffe wir fahren jetzt nur mal macht das sinn was ich hier gemacht hier kann ich ja nicht abbiegen ja jetzt ok wenn aber noch da unten noch ein da aber noch ein wurde noch da läuft noch einer zunächst so lange folge ich merke schon haben wir es jetzt wo schwa wo scharweb denn da noch einer da ist noch irgendwann da ich mache ich mit wonnen wieder ja aber sowas von ich hoffe ich kriege jetzt auch eine geile belohnung von dir ja sehr gerne ich möchte auch ein ja da haben wir noch mal gut kohle gekriegt ach das war die belohnung na gut was ist denn das oh guck mal kohle 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 haben wir sonst noch irgendwelche verstecke hier okay dann würde ich sagen bevor wir jetzt wieder zurück in die basis gehen mache ich hier mal ein kleines kleines folgenbäuschen und wir sehen uns zur nächsten folge oh das ist aber eine lange folge also gut ich wünsche euch was und dann schauen wir mal was wir jetzt dann für einen schaubarek machen bis dann ciao